hallo und herzlich willkommen zurück zu feed the beast reloaded ja hier habe ich geparkt es ist schon wieder dunkel es gibt es ja nicht es gilt wieder mal noch derselbe leitspruch viel arbeit wenig vergnügen und keine belohnen beziehungsweise sollt aber es läuft es läuft es läuft hier die maschinerie guck mal hier wie die arbeitet einfach crazy einfach crazy haben wir natürlich auch gleich weg so der müsste auch durch sein gleich den nächsten rein obwohl der leder richtig schön gut drei jahres reich das reich doch wunderbar so dass ist sind staub hier ein eisenbatzen gut ich muss ich bald mal hingehen muss den meiner wieder neu setzen auch wisst ihr was dann setzt sich jetzt einfach mal draußen so dass die spender den dispenser den brauche ich aber nicht wo habe ich den meiner hin gestopft an dem kaos ok da ist die pumpe dazu da ist der meiner so wo ist jetzt das klöppelbohrgestänge wo ist es ich suche das allmächtige klöppelbohrgestänge und es gibt hier keine zwänge muss nicht sein ich schweif schon wieder ab so ist es nicht jesus so hier die goldkiste und was brauche ich denn sonst noch pumpen pipes eine pumpe ist auch keine mehr da muss ich jetzt extra neue pumpe bauen und krebs mit pipe gobble stone transport warte mal und haben doch hier auch noch ein angefangener knödel erreichen die eine wurden eine guten bräuchte ich genau sagt so viel zu mir haben gewonnen mehr da haben wir keine wurden mehr wo sind die wotten pipes so will jetzt andere sagen ja die hast du in der letzten session voll verwürstet oder was die vorletzte oh man der würde sich kaputt lachen hier sind auch noch mal ein paar fackeln nehme ich natürlich auch noch mit ja no pipes no cry doch cry aber was für ein cry so na gut muss ich improvisieren haben wir noch gewinnt holz haben wir holz wir haben holz so glas brauche ich hier auch mal zwei knödel das habe ich mir hier rein so bam 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 so warte mal fluid pipe ich weiß nicht ob das so wichtig ist auch weißt du was mir war das andere wo die kompakte tour werden doch zählen da doch zählen da so hier soll es mit glücklich werden das einzige was ich jetzt noch brauche ist draht wieder mal für 50 fennig aller draht so nehmen wir das damit und das sollte genügen so haben wir hier mit rein jetzt ist heute keine pumpe ich drehe noch durch ich drehe noch durch gut das macht aber nichts so und wenn jemand experiment wagen wenn hier mal die knolle reinsetzen so hier einmal den meine plack plack aber jetzt kommt er die kiste obla so zwei jahre trotzdem noch eine pipe beziehungsweise eine dingens boomens aber dann hier das sein jetzt brauche ich den draht einen schönen draht so legen die leitung hier an war in der hauswand lang sollte eigentlich nicht so so und sie einfach hier oben rüber und gucken wie viel redstone ich jetzt noch raus holen na warte mal ich mag das mal anders obwohl doch das geht es geht es geht es geht so denke ich also wieso mitzune was zu gehen lol es weigert sich es will nicht gehorchen man soll so so ganz so tief muss ja auch nicht angesetzt sein das machen wir schon mit der richtigen höhe und dann gehe ich noch mal in den tödlichen nieder und hol zusammen noch ein paar niederquatz er will hier um die niederquatz also niederquatz auch bekommen haben die niederquatz genau noch ein bisschen wo es reicht ja wohl noch ein zwei so und jetzt muss ich das 1 unterlegen und hier geht es ja auch gleich eine stufe runter so sonst komme ich nämlich nicht mehr dran super ok genau hier auf blöck 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 jetzt muss ich wieder ein paar redstone engines bauen ich komme ich nicht drum drum rum das redstone engines bauen aber lang wenn lang werden die nicht mehr gebraucht ist irgendwann mal das zeitalter gekommen und die auch nicht mehr braucht so ich mache mal vier stück ich behalte das mal drin war ich wieder ein paar eisenknödel wurde habe ich dabei und jetzt brauche ich noch koppelstern noch ein bisschen koppelstern schön kein koppelstumme hat doch hier ein glück dass ich immer ein paar reste dabei hat immer alles mit sowie waren jetzt noch mal das rezept für dienst das wollte ich nicht sehen das ist falsche baustelle nicht meine so das passt ja das passt so jetzt bei normal glas jetzt brauche ich aber noch holzrädchen für jedes ding also acht gut blam ich hoffe es ja das geht ach so das geht nur mit stickies ich bin ja blöd bin ihr deppert so 32 wunderbar das reicht jetzt ja es reicht aus so und jetzt hier noch das glas rein jetzt weiß ich nicht was da doch hier kommt es rein und dann hier jawohl wunderbar das ist nicht reicht jetzt hat es gereicht jetzt hab ich nicht glas rein gebatzt na gut ich bin ja mal richtig rödeln das hier das ganze ding das mauset sich richtig ich bin überlegen ob ich nicht hingehen mache hier ein richtiges haus dran mache ich hier ein richtiges haus dran das nenne ich dann den gärturm oder sowas das war doch auch nicht verkehrt so kablitz da das weg den hin ich habe jetzt nicht falsch soll da passen sollte passen noch den trillomat und den scanner habe ich jetzt bloß wieder hingeschmissen irgendwo wieder schon sein und nirgends so black black wunderbar mal gucken es tut mir leid noch wegen letzter session samba leider etwas kurz angebunden und ich leider auch ich hatte noch relevanten besuch erwartet nicht wichtig aber relevant ach so es ist dunkel das ist dunkel mein lieber liebe schwan wir müssen das sowieso mal anders da verkabeln hier das muss man echt mal anders da verkabeln hier wer ist nicht dahinten noch so ein ding heraus machen das hier managen das ist die nach genug saft kriegt jetzt arbeitet das ding nur tagsüber das ist sollte ja eigentlich auch nicht sein sollte ja eigentlich auch nicht sein es war sicherlich hier durch die pipe nach draußen wunderbar das dürfte auch gehen dann klemm ich das hier oben ab und klemm ich das hier oben ab und lege sie hier durch ich bin hier das loch gewesen ja ja wo waren hier das loch jetzt wird das geht hier rein ist soll es natürlich auch nicht nie 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 nicht was soll es da rein ist blöd bisschen blöd gemanagt ich hab doch mal die idee ich hab doch mal die idee hier kam es hier durch wird man hier mal eine behelfsleuchte ran wir setzen die einfach eins weiter nach hinten so jetzt gucken wir mal genau so könnte es auch gehen gucken 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 jetzt bin ich gespannt es gibt ja genau da rein das ding sollte ich doch nicht selber speisen was ist das für eine technik gibt es ja sonst einen kurzen so das müsste auch gehen müssen halt hier mal ein bisschen kleistern so jetzt machen wir hier mal raus ok da haben wir auch ein kleines problem müssen wir es halt hier raus legen das sind hier von der tür aus gerechnet ich zähle mal ein block zwei drei vier fünf sechs sieben sieben und dann muss ich hier gehen warte mal jetzt muss ich noch mal gucken sieben blöcke so unter auf höhe 62 und dafür 62 und dann raus machen wir mal fünf blöcke oder sechs blöcke raus machen wir liebe sieben blöcke 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 gut scheiße das ist alles sand na gut ich hoffe es funktioniert ich hoffe es funktioniert sie sagt die richtige höhe hier kommt es ran hier kommt es ran wir kleben jetzt einfach mal schnell die facken die heimel ganz haus damit die nicht so gesehen wird das hier darfst du alles umbauen aber wenn es nicht immer zum guten ist so muss ich hier umlegen muss alles umgelegt werden ist aber nicht so tragisch ist nicht so tragisch so ich lege die auch noch mal hier lang lege ich die auch mal hier durch und ich muss jetzt dichts produzieren zwangsweise muss ich ein bisschen sandstone produzieren äh nix sandstone ich meine construction form okay da brauche ich jetzt wieder die spritzgeübel die spritze wo ist die spritze wo ist die spritzen da gut und jetzt brauche ich clay sand äh sandstein äh nix sandstein äh stone dust also steinstaub und ja weiss gar nicht mehr was ich noch brauche werden wir gleich rausfinden nimm mal 16 das reicht so und das hat mir hier drin nehm ich hier mal so einen halben weg was ist denn das das ist ja ein dust what the fuck was hat denn das da drin zu suchen ah das salpete das ist auch kein richtiges ding jetzt also ich glaube hier kommt einiges durcheinander schande über mich schande über mich jetzt habe ich den eigenen das einfach rein geschmissen so hier weg bank muss man gucken wie es funktioniert cf das war das rezept also stone dust war am meisten warte mal jetzt habe ich schon wieder keinen mehr hier ein salpeter den kann ich hier rein ballern so hat nun mal das ein bisschen warte mal hier ist auch noch salpeter noch ein salpeter hier sieht man das halbige peter unterwegs so jetzt kommt hier das sand dran und wenn man hier das ist das da da das reicht auch schon das reicht auch schon um das ding zu befüllen so wie ich es gerne hätte so mache ich das jetzt das hier rein das hier rein oh er macht's gut ich gebe mal ein bisschen gas so er ist fertig er ist fertig das reicht auch aus so machen wir es wieder hin und die zelle die hier zwei weitere rein und die maschinerie läuft weiter die stromknolle ab hier das ist fertig gebrannt das kann hier auch wieder rein das ist ja ein bisschen arbeit macht alles viel schöner macht es wirklich viel schöner so dann kann ich das nämlich abreißen weil das einfach nicht effektiv war ich weiß gar nicht was ich mir da überhaupt dabei gedacht habe scheiß hier zu bauen so warte mal jetzt müssen wir auch gleich von hinten dran von hinten okay ich hoffe das geht jetzt gut soweit so das ist auch okay das können wir auch wieder zu machen muss man einfach warten bis es trocken ist entsprechend hier dann okay okay ja das habe ich nie gemacht viel ist hier treppen gewesen oder was nee das war noch der gang es war einfach hier gegangen so gehen jetzt hier ist kabel lang hier ging es lang rot jetzt brauche ich hier mal und laser koppelig aus so rein damit rein damit gut soll ich das noch eins tiefer machen besser wäre es vielleicht besser ist das glückten wir es hier auch zu entsprechend entsprechend jetzt ist das dicht gut und ich hier wieder raus ja ich komme raus es ist wichtig es ist immer sehr wichtig dass man hier wieder rauskommt das kann ich auch wieder auf klippen so okay warte mal dann klebe ich das jetzt hier einfach hier oben an eins zu weit eins zu weit ist nicht schlimm das kann man immer noch ändern so jetzt mache ich hier gerade wieder zu und dann nehme mir jetzt einfach den sand beziehungsweise den sandstein dafür büpp büpp und hier das mache ich einfach auch noch mit dem ding zum mcf dass keiner sieht black doch noch genug so hier haben wir noch eine fackel oder weiß nicht ob wir noch genug fackeln da das sollte eigentlich nichts spawnen das sollte eigentlich nichts spawnen ach ja